so die zweite woche hat begonnen heute steht also heute ist dienstag bei mir steht jetzt 15 kilometer auf dem plan in 4 20 bin jetzt schon ein bisschen unterwegs 17 minuten unterwegs im moment halte ich das tempo ganz gut beine sind auch wieder ausgeruht vom sonntag also denke ich mal ganz guter start in die neue woche und schauen wir mal wie die zweite woche so geht so jetzt den ersten lauf für die woche beendet sind jetzt 16 kilometer geworden in 4 33 lief ganz gut wollte er ja eigentlich auf dem asphalte weg laufen weil es da ein bisschen ebner ist um einfach ein bisschen geschwindigkeit rein zu kriegen ja wurde wieder verleitet den wald rein zu rennen demzufolge ein bisschen hügeliger und etwas schwerer die geschwindigkeit zu halten aber bin ganz zufrieden mit meiner einheit heute und ja passt donnerstag ging es ins fitnesscenter einfach ein bisschen krafttraining bisschen waden training oberschenkel vorder und rückseite bisschen trainiert dann war der donstag dann auch gelaufen samstag habe ich nur ein bisschen fußball gespielt also keine laufeinheit die habe ich sein lassen habe die laufeinheit am sonntag nachgeholt und habe dann 18 kilometer gemacht und für nächste woche muss ich dann einfach schauen dass ich den samstag eventuell ein bisschen nachholen